Nicht fliegt, no bläht fliegt Viele würden sagen die Legende, die Legende ist wieder da, 6ix9ine ist wieder da, ja Er war im Knast, jetzt ist er ein Informant der Polizei, er wird von einer Gang gesucht und jetzt kommt auch mit neuen Songs, so und das hören wir uns mal an Tschüss Mama Als würden sich jetzt gerade zwei Planeten miteinander sich küssen Also ich muss aber ehrlich zugeben, ich finde solche Hintern gar nicht schön Ja, muss ich sagen, ich finde es nicht schön, aber okay Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber eigentlich war 6ix9ine mit diesem Song auf Platz 1 Aber in USA wurden die, ähm, das Ranking manipuliert, sodass 6ix9ine nicht mehr auf Platz 1 war, ja Sondern ich glaube auf Platz 3 oder 4 oder sowas Da gibt es sogar ein Video von 6ix9ine auf Instagram, da hat er was dazu gesagt This is the forecast from yesterday, right? Number 1, Doja Cat, say so Number 2, 6ix9ine Gooba Number 3, The Weekend, blinding lights 4, Megan Thee Stallion Number 5, Ariana Grande was stuck with you Last night, which is completely illegal Also tut mir leid, aber so viel Ärsche im Video und Viber Ich weiß nicht, wohin ich schauen soll Ich bin, ich werde, ich bin gleich blind Also stabile Kette Die Kette kostet locker ne Mille oder so Krass Okay Also 6ix9ine weiß, wie man übertreibt Irgendwie, irgendwie gefällt mir dieser Song irgendwie nicht Also ich hab schon einige Songs von 6ix9ine gehört, aber dieser irgendwie ist nicht so geil Die anderen Songs von ihm sind so richtig Baba Aber das, irgendwie weiß ich nicht Find ich nicht geil Jetzt ist das neue Sound Ja, heutzutage macht man sehr viele Ad-Libs auf seine Songs Okay, das ist jetzt geil Okay, das ist jetzt geil Tata, Tata, ja, ja, cha-cha Schöne Augen Boah, ich weiß nicht Diese, so ein Arsch zu haben So viel Cellulitis am Hintern Junge Ihr könnt mir mal sagen Ob ihr diesen Sound, ob euch dieses Sound gefällt Ich weiß nicht, wie feiere ich den alten 6ix9ine Keine Ahnung wieso Ja Aber irgendwie Ich kann mir das nicht erklären 6ix9ine weiß, wie man übertreibt Junge, was ist hier gerade los? Ich glaub, diesen Song muss man auf Tabletten gucken Auf Pilze Ach, das ist jetzt seine Fußfessel, die er mal mithalten muss Okay Okay, yeah Dafür ist er jetzt erstmal ein freier Mann Na ja, na ja, na ja Ich weiß nicht Ich hab mir was anderes jetzt vorgestellt Die Kette ist schon mal sehr übertrieben Ja Black Lotus Brr, brr, brr S Lotus Kami Katsch und Modus Fenty Bucket Paras Ex-Nauti Patet Shoot in deinem Grr, grr Shoot in deinem Ja Black Lotus Brr, brr, brr 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 Brr